Hallo und herzlich Willkommen zu einem Let's Play mit iHallin. Wir sind gerade in einer Lobby, wie wir spielen Slannerman online. Ja, online kann man das nennen. Und wir schreiben gerade... Okay. Ja, jetzt kommen die Nachrichten hier auch. Aber wir schreiben jemand anderes Handy. Ja, ich bin Student. Ja, also ich stelle das dann nachher mal ab. Also ich melde mich dann von diesem Handy auf diesem Konto ab. Dann kriegt ihr auch die Nachrichten nicht mehr. Hoi, überlebender. Na, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, nein! Ugh! Was ist das denn? Hä? So, aber wir müssen jetzt schnell Heilung finden. Ähm, sonst sterben wir. Scheiße. Heilung. Ich brauche schnell eine Kiste. Ich werde zu 100 pro sterben. Nein, wir sterben. Scheiße. Das schaffe ich aber nicht mehr. Mann, ich wollte gerade eine Kiste öffnen. Scheiße. Naja, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Und ja. So, wir haben jetzt mal eine Lobby gemacht. Wir machen das nämlich immer abwechselnd. Immer fünf Runden. Ähm, ja, sie hat doch noch alle gekriegt. Ähm. Ja, und sie ist drin. Ich schreibe nämlich etwas mit dir. Deswegen nicht wundern. Ja, wir sind Slender. Ähm, ich werde als, ja... Slender in meiner Unlieblings-Map. Ähm. Voll das geile Wort, ne? Also da kommen wir nicht weiter. Ups. Ach, Mann, ey, ich hasse es, Slender zu sein, ne? Ah, ich habe da meinen ersten Überlebenden. Nein, nicht im Quest. Nein, nicht im Quest. Oh, nee. Scheiße, wo ist er? Hey, wo ist der? Hey, warum kann ich ihn nicht... Ich kann ihn nicht angreifen. Doch jetzt. Nein, ich... Nein. Warte. Ich kriege ihn. Ist er tot? Ne. Hallo, bleib mal stehen. Gut. Tot. Einen schon mal. Ähm, zack. Ähm. Ich musste gerade mein Handy anmachen, deswegen... Ah, nee, da kamen wir ja, ne? Gehen wir mal da weiter. Ähm. Wie schön die Leiche da liegt, ne? Ah. Hallöle. Nein, ich komm... Ich hang fest. Ähm, wo lang? Ich geh einfach hier lang. Hallo? 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 Nein, ich häng fest. Ups. Herr Husser. Nein. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Nein, bleib hier. Gut. Nur noch ein. Ja. Sind nämlich drei Überlebende immer. Ach. Es wär's so geil, wenn ich gewinnen würde. Würde. Sorry. Ich bin... Ich frage mich, ob ich... Okay, den... Doch, denn... Scheiße. Jetzt geh doch mal. Überall bleibt der... mhm. Nee, den krieg ich nicht mehr. Ob sie es, weiß ich nicht. Ich bin erkältet, deswegen nicht wundern. Lauf ich überhaupt richtig? Hehe. Ich weiß es nicht. Nee, sie krieg ich... Ist sie das überhaupt? Ich weiß es auch nicht mehr. Ups. Oh. Ich bin runter. Ja, das wollte ich nicht. Ich krieg... Er, sie, es auch nicht mehr. Ähm. Ja. Das ist jetzt... Naja. Erstmal nachfragen, ob ich sie hatte. Ja, ich würde sagen... Ich melde mich in der neuen Runde wieder. Und ja, bis gleich. Also, wir haben uns jetzt, ähm... 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 Na... Pam... S... S... T... Ist halt... Überlebender und S... L ist halt... Scheiße, ich muss... Ähm, gut. Wir sind... Überlebender. Und ich hoffe, ich überlebe. Lange. Hier kann man sich gut... Nee, doch nicht. Hm, äh. Alles gut. Ähm. Wir gehen mal hoch. Hallo. Überlebender. Immer wenn ich bei anderen bin, sterbe ich sofort. Ist immer so. Oh mein Gott, wie sieht's... Oh mein Gott, wie sieht's... Du bist ja hübsch. Oh Gott, ich krieg ja... Wo? Oh ja. Wir brauchen... Ah! Ha, ich wollt grad sagen. So. Drehen bitte. Danke. Was ist das denn für ein... Item. Wir haben ne... Das ist geil. Deswegen geh ich jetzt mal... Ob ich dann will, weiß ich nicht. Wir gehen einfach mal runter. Fuck. Fuck. Ähm. Wir gehen mal. Geh, 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 geh. Junge, geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Also, sie ist Slender. Ich weiß nicht, ob ich's gesagt hab. Sie ist Slender. Ähm. Oh mein Gott, ich hab sie grad gesehen. Geh mal. Oh, das Spiel ist grad etwas buggy. Scheiße. Ähm. Wir gehen mal ganz hoch. Ups. Hallo. Danke. Oh, ich will nicht runterfallen. Ich will nicht zu ihr. Ich wollt grad sagen, zu ihm, aber... Oh. Oh. Irgendwie... Ist das mega buggy. So. Ach. Ach, da ist ne Kiste. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was denn was geschehen hat. Dam, dam, dam. Und, und, und. Ne. Ah, ne Puppe. Ich will das haben. Gut, danke. Ui. Ähm. Okay. Nein. Nein. Das Spiel hat sich festgepackt. Nein. Scheiße. Nein. 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 Ähm. 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 Ja, irgendwie, da bleibe ich jetzt hier die ganze Zeit stehen. Und habe somit dann gewonnen. Oder keine Ahnung. Ich bin an... Ich frage mich, ob sie kommt, weil ich geschrieben habe, dass ich festgepackt bin draußen. Ist sie ja irgendwie draußen. Und ich bin an überlegen, ob sie kommt. Oh mein Gott. Hallo? Ich würde sagen, ich breche mal die Runde hier ab. Und wir sehen uns gleich wieder. Neue Runde, neues Glück. Ich drücke einfach mal auf... Warte, noch nicht. Jetzt drücke ich auf Start. Ich wollte gerade sagen, auf Spaß. Nein, ähm... Ja, wir sind Slender. Auf meiner Lieblings-Map. Ich liebe diese Map. Besser als die davor. So ein bisschen... Oh, oh, oh. Hat er jemand? Ne. Ne, das ist schon jemand. Nur kein Dependiger mehr, ne? Ich bin der Meinung, wir haben kein Glück wie... Davor die Slender-Runde. Bin ich denn... Bin ich denn? Bin ja... Bin ja... Arsch der Welt. Ähm... Was hab ich jetzt gemacht? Mein Kanal ist auch in der Infobox verlinkt. Das seht ihr definitiv mehr als auf meinem Kanal. Ja. Ist hier jemand? Nö, ne? Warum auch? Ähm... Hier ist ne Kiste. Ich muss mich mal umgucken. Ja. Das ist die beste Aussicht ever. Ja, okay. Hier ist nix. Ah, da. Warte, wo ist er? Gut. Einen schon mal gekillt. Ah, da. Hallöle. Ich bin's. Wollt ihr mit mir spielen? Ich habe lente Spielsachen für euch. Ich hänge. Ich hänge, ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Scheiße. Ich verliere sie. Gut. Wir könnten die letzte Person noch schnappen. Wo ist sie? Da. Hinten. Hallo? Ja, so wird's nix, ne? Ist dir schon bewusst, wenn ich in jenem Baum hängen bleibe. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Irgendwo, irgendwo hier hinten, ne? Oh, das. Da. Ich komme hier. Ach, gut. Oh, was. So, da. Hinten. Irgendwo. Oh, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das? Nein. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich bin zu nervös. Ich bin erkältet. Hab ich das schon gesagt? Nein. Nein. Lauf. Forest, lauf. Lauf, du schaffst das. Nein, schaffen wir nicht mehr. Na, Mann, wo? Ich häng fest. Ist das denn ernst? Scheiße. Naja, es war sehr knapp dran. Oh mein Gott. Ähm. Warst. Oh mein, ich kann nicht schreiben. Warst du. Die. Letzte. So. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der neuen Runde wieder. Es folgen ja noch zwei. Und. Ja. Bis. Ne. Ja, es folgen noch zwei. Bis gleich. So, ähm. Wir sind Student. Wir sind Student. War das überhaupt das? Immer das so sagen? Ah, nee. So. Ähm. Ja, es ist doch die letzte Runde. Ich hab mich da etwas vertarnt. 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 Ähm. So, sie war, glaub ich, die letzte Runde. Boah, mein Deutsch, ey. Nein. Nein. Ich. Willst du mich verarschen, ne? Willst du mich verarschen? Ich. Ich will nicht. Manu. Ähm. Ah. Das ist jetzt irgendwie mega scheiße. Ah, ich melde mich einfach gleich nochmal bei euch. So, nachdem die Folge jetzt, ähm, blöd gelaufen ist, haben wir jetzt nochmal eine Runde gemacht. Oder machen, alles klar. Ähm, ja, machen wir jetzt noch eine Runde, nur weil ich festgebackt war. Sie ist wieder, Entschuldigung, sie ist wieder, Slendog. Ähm, ich hoffe, es packt ihn nicht wieder fest. Na, ich muss springen. So springt man. Ach, der weiß nicht, wie springen. Geh weg, weg. Geh, geh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte lest das, bitte lest das, wenn ich dir geschrieben habe, bitte lest. Ich muss dir das gerade schreiben. Oh, puh, danke. Also, wir haben ausgemacht, falls wir uns, ähm, treffen, gleich am Anfang, Lassen wir uns am Leben, weil das sonst irgendwie unfair wäre, oder ihr wisst euch bestimmt, was ich meine. Lalalala, lala, lala. Bitte, bitte, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Dieses Herzklopfen macht mich nervös. Nein. Bro. Hallo? Schon wieder? Ähm, ähm, sorry. Schon wieder? So, Leute, wir nehmen doch noch keine Folge, hab ich eigentlich nicht gesagt, aber, alles klar. Ähm, wir lassen das jetzt für diese Folge, ich hab, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr, gibt's einen, gibt einen Daumen nach oben. Ähm, da, ähm, die nächsten Folgen werden natürlich besser. Schaut auf ihren Kanal vorbei. Der Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Ähm, gibt's noch was zu sagen? Ähm, ich find dieses Spiel eigentlich sehr cool, da ich das eigentlich nicht alleine spiele und... Ja, und... Ja, bis dahin sag ich Bye und bis zur nächsten Folge. Bye. Vielen Dank.